hallo liebe jump and run freunde es geht wieder weiter war selbst in der luft trifft er uns mit den scheiß feilen so mehr relikte bringst du den aufzug wieder zum laufen oh man ich habe so viel schöne relikte gesammelt ich muss echt alles opfern was den scheiß das kobold fliegt hinter dem see auf dieser klippe wir sind fast da cool schau zuvogel tipp 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 drecks vogel die nehmen wir mit geil die kristalle au das ist doch hallo hallo die steine diese übersieht man sehr leicht aber das soll ja auch der sinn sein das ist sagt Ich könnte ein paar Relikte gebrauchen. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Mehr aufpassen. Also. Hey. Ah. Ich gucke mir immer die Wände an, ob ich da irgendwas finde. Drecksack. Noch ein paar Steinchen. Ei. So. Yay. Oh. Pro-Gamer. Diese rutschigen Steine sind zum Kotzen. Hä? Äh. Jackpot. Ui. Alter. Ah, ja. So waren die Specials. Ich glaube, so. Nein, Vogel. Nichts. Ich wusste, der zerschießt mich jetzt. Das Maul. Man wird voll aggressiv bei dem Spiel. Man will unbedingt weiterkommen. Also. Oh, Relikte. Ich bin wieder aufgebaut. Ich bin wieder aufgebaut. Bam. In your face. Nice. Okay. Hä, was? Ich glaube, wir haben bestimmt schon irgendwas Großes übersehen Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen konzentrierter vorgehen Aber nur ein bisschen Tollwitz Ah! So! Bei dem muss man nicht aufpassen! Die sind gemein! Na komm, Neck! Hopp! Mann, das macht voll Spaß! So! Zack! Wir sind fast da! Von der Anhöhe dort können wir die Koboldfestung sehen. Weißt du, vielleicht sollte ich etwas mehr Zeit mit Sport verbringen, anstatt ständig Dinge wie dich zu erfinden. Toll! Oh, ich hasse den! Oh, Sicherheitsroboter! Oh! Der Berg? Passt du auf ihn auch! Ist es denn wirklich klug, da reinzugehen? Die ahnen doch, dass wir kommen! Wenn es nicht klug wäre, dann würde ich es nicht tun! Hm! Hm! Es gibt eine unglaubliche Menge von Relikten dahinten! Sicher die ganze Beute aus dem Außenposten und noch mehr! Na klar! Na klar! Wer seid ihr? Und was genau wollt ihr hier in meinem Dorf? Ihr habt eine Menschensiedlung angegriffen! Glaubt ihr das hätte keine Konsequenzen? Konsequenzen? Die Konsequenz ist, ich habe jetzt viele Relikte und Sonnensteine und andere nette Sachen und ein paar ungebetene Besucher! Hat man nur euch geschickt? Hier sind genug! Die Hightech-Bewaftung dieser Roboter dürfte mehr als ausreichen! Diese Panzer sind wirklich äußerst beeindruckende Kampfmaschinen! Wir haben uns nur gefragt, woher ich sie habe, das wolltest du doch wissen! Sag ich nicht! Aber wenn ihr sie so faszinierend findet, zeig ich sie euch! Gerne aus der Nähe! Ah! Sichert die Tore! Okay! Sehen wir nach, ob es noch einen anderen Weg ins Dorf gibt! Halt! Sonnenstein! Jetzt gehen die auch noch in die Luft! Oh! Was?! Der cheatet doch! Der cheatet! Okay. Zack. Aber warum ist das Game-Up 12? Huah! Fies. Hab ich gesehen. Dich hab ich auch gesehen. Huah! Vier Bomben. Bombe in Stimmung. Okay. Was für eine Verteidigung. Sie wollen wirklich niemanden in Ihrem Dorf. Huah! Zack. Also diese Slow-Mo-Effekte finde ich super. Huah! Alter. Ich glaube, ich mach mal einen Folgen-Cut. Wir sind wieder bei 15 Minuten und 50 Sekunden. Hm. Ja.